So, jetzt willkommen zurück zu Red Faction, wollte ich schon sagen, aber nein, ist Lego Harry Potter. Yo, ich bin, hab übelst weit spielen müssen wieder, also der hat nicht irgendwie hier vorne gespeichert oder so, der hat dabei gestartet, wo wir bei Flitwick waren und das ist ja der übelste Speichelpunkt, ja. Gut, aber wir machen, lass uns davon nicht runterkriegen. Das waren nur zwei, drei Minuten, die ich spielen musste, ja, weil ich das ja schon kannte. So, das haben wir aber letztes Mal schon gemacht, ne? Ja, genau, das haben wir aber noch nicht gesehen. Da ist die Mädchentoilette, würde ich mal sagen. Ich glaube mal, hier irgendwas zu tun, was kommt raus. Eine Glocke, ne, eine Lampe. So. Ah, okay, das ist bloß, dass wir da solche Freunde kriegen oder was auch immer. Okay, da komme ich nicht hoch. Ja, okay, solche Dinge raus, gut. Gut, gehen wir rein, würde ich sagen. Äh, ich komme doch nicht rein, okay. Ah, da oben ist noch was. Ich muss da oben hin saubern, ja. Ah, von diesen Lampen muss ich alles hin machen. Okay. Äh, hier waren zwei. Und hier welche? Hm. Da ist eine. So, da ist noch eine. Da ist aber keiner mehr, okay. Ah, wo sind sie denn? Und zwei Lämpchen. Ah, jetzt sind wir ein Männchen, okay. Hallo. Wieso konnte ich da jetzt nicht reingehen? So. Nee, ich will da rein. Cool, ich komme als Junge rein. Habt ihr gesehen? Das war ja schon mal eine Abwachsung hier jetzt. Das ist doch nur ein Troll. Und der hat seinen Schiss da rein gemacht, ja. Oh. Obel. Ich mache mir ja schon mal das. Hey, wieso konnte er mich weghauen? Hey, schon wieder. Heilige Mösser. Was muss noch zaubern? Ah, ist die andere Lampe noch gut. Und hier das Ravenclaw-Zeichen. Ich kann nämlich eigentlich nicht mehr treffen. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich muss noch ganz deutlich ausweichen. Ey, guck mal. Ach, ich muss da glaube ich springen, oder? Ach, wenn er es wirft, kann ich es nehmen. Okay. Oh, jetzt war ich zum springen. Yay. Jetzt habe ich das erst verschont. Finde ich gut, dass sie das anders gemacht haben wie im Film. Oder in Buben, oder in Buben, weiß ich, oder so. Macht wenigstens ein bisschen Spaß, das zu spielen, diese Runde da. Ja. euch da 34% nein gut wie viel zeit haben wir noch 12 minuten das ist doch episch lange ja gut wie ihr schon gesehen habt ich lade jeden nacht lade ich jetzt die videos hoch und das heißt ihr werdet keine folge verpassen ich komme nicht mit nachladen ich würde nachladen ja nicht mit der kommen genau deshalb ich spiele mal so 3 4 oder 2 sogar nur ein paar zu machen geht das ein ja ich habe hier schon drauf alle tasten sie jetzt entschuldigung ich will die ganze eingabe 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 und ich muss lehrtaste und das ist ziemlich ungewohnt muss ich euch sagen mit äh nur tasten zu spüren ja ok da unten ist das ein arm kommt mal ron oh hoppala hehehe Ron beherrscht das glaube ich nicht, ne? Weg mit der Yay Und jetzt passiert auch etwas Cool Finde ich sehr toll Also hier gibt es sehr sehr viele Secrets anscheinend In dem Spiel Nur ein Charakter mit einem Buch kann diese Symbole verstehen Was soll das heißen? Hm Wer, welcher Charakter in Hogwarts Ja, Herminio wahrscheinlich, ne? Die ist wirklich schlau, sie hier Äh, ich hab's jetzt nicht aufgehört Okay Ui Yay Das wenn ich mal Schön viele Punkte Hab's ja gesagt, Herminio ist das Die schlauste Ah, in die andere Richtung Ist ja geil Okay Wir müssen hier lang Den Geistentil wieder folgen Ach, den hab ich ja Letztens mal wieder hochgemacht Gehen wir jetzt mal wieder hier lang, ne? Ja, ich muss das wieder alles neu spielen, ne? Von dem her Ähm, wieder in die Richtung Ich geh mal hier erst hoch Oh, ein Geheimgang Ein Geheimgang Ich sag ja, übelst viel Secrets auf das Spiel Ja, gut Äh, so Dann gehen wir mal hier langs Mal gucken, wo das hingeht Bin sehr gespannt Okay, anscheinend nicht so Oh, wo geht's hier? Puhu Okay, nach außen Gut, aber Ich mach jetzt erstmal die Story, ja? Vielleicht werde ich auch ein bisschen Weiter noch spielen Also wenn das Spiel Story-Modus und so Vorbei ist Weil man kann ja Man ist ja immer im selben Äh, Schloss eigentlich Glaube ich so Zumindest Und das, äh Heißt ja eigentlich auch Dass sich nichts verändern wird Also was ich schon erforscht hab Das hab ich schon erforscht Die kann ich immer noch nicht durch Also da brauch ich dieses Glaube ich diese Diesen Zauberspruch von der Äh Dingens Von der Hier Wie heißt denn die Gärtnerin? Und der Oma da Das machen wir auch wieder So wie vorher So Jetzt haben wir's richtig Und hier auch lang Jetzt haben wir wieder Unterricht anscheinend Okay, okay Okay Fridwig mal wieder Haha Eine Disco-Kugel Das war jetzt anscheinend Was war das jetzt? Ah, ich Okay Da oben sind glaube ich noch Zwei Also da oben sind schon mal zwei Gut, das hat keiner anscheinend Okay 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 Und so Ah Ah Missed Ne, das ist falsch. Obwohl, ist eigentlich egal, ich musste das nicht unten. Also egal wie das steht oder? So. Okay, was geht hier los? Äh, das Herzchen, okay. Ach, ich wollte das jetzt eigentlich anders machen. Womit gehe ich mit dem Maschine runter? Ah, ich dachte die springen nicht runter. Das ist jetzt kacke. Drückt halten, gut. Sehr schön. So, der letzte da oben noch. Äh. Mist. Äh. Öh. Letzter. Äh, okay, der war nicht ganz kaputt anscheinend. Ach, hier kann ich nicht rüberspringen. Okay, dann muss ich so rumlaufen. So. Meins. Ah, ich kann V, äh, F benutzen, um rumzuschalten. Okay, aber so geht es für mich einfacher, finde ich. Gut, ich habe Lumos freigeschalten. Das ist doch schon mal was. Aber ich finde, den Zauber schon sinnvoll, aber, naja. Meine Jüde, ne? Ach, ich bin fertig, okay. Verschiedene Zauber für Aslan oder Benutzer fahr. Ja, gut, das habe ich hier eingestellt. Äh. Äh, ich müsste jetzt fertig sein, oder? Ja. Ah, hier war noch so ein blauer. Gut. Wie viel Zeit haben wir noch? Moment, ich guck mal schnell. Drei Minuten, Quill, dann haben wir noch genügend Zeit. Dann gehen wir doch hier raus. Genau. Ich fühle ihn in Gefahr. Juhu. Was war denn das mit Gefahr? Der hat doch nur einen Apfel gebraucht. Ach, das ist ja Alohomora. Genau, das erlernen wir bestimmt auch noch. Aber vom Flitwick wahrscheinlich. Alohomora? Nee. Oder? Ja, hier komme ich ja nicht durch. Ach, ich bin ja doof. Jetzt haben wir gerade den Zauber erlernen, ne? Und derzeit wissen wir schon nicht, wie das geht. Also, das war nicht von der Kräuter Oma, sondern... So. Oh, äh, okay. Das ist wahrscheinlich so ein Händler. Wie komme ich mit dem... Okay, das werde ich wahrscheinlich noch im Spiel lernen. Beim Spielen natürlich. Nicht im Spiel. So. Was ist das für einer? Ist das ein Ape? Hm. Ja, das ist Snape. Ich muss jetzt zu Snape runter. Oh. Hi. 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 Meinsch Dodgers. Ich hab jetzt noch die £ige hunde gesehen. Aber die hätte... Herminia hatte doch gar nicht von Anfang an eine Karte, oder? Jetzt hast du doch hearst... und HOW hoch? gedacht habe, als ich die Sehne gesehen habe. So, was muss ich jetzt machen? Ich muss mir das wahrscheinlich schon angewöhnen, das mit Fauna. Da oben ist schon was. Hm, Moment, wie mache ich das mal so? Da oben kann ich zaubern. Ah, jetzt. Okay, aber der Pod ist jetzt eigentlich schon vorbei. Okay, gut, der Pod ist vorbei. Ich mache ja einen Cut, okay. Bis dann, ciao.